So meine Freunde des Unboxings, Prime, schauen wir mal was hier drin ist, schönes, leckeres. Da kriegst du gar nicht auf, das ist ja ein besonders kleines Päckchen, was kann da wohl drin sein, aha, 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 hmm, Apple TV. Ist das was schönes drin hier, ne, ja, gucken wir mal hier rein, dritte Generation, 95 Euro bei Amazon. So ein bisschen notdürftig zugeklebt, ich mach's mal ein bisschen anders auf. Hier oben noch, ist nicht so einfach hier diese Unboxing-Frequenz, meine Freunde. Schon fast die Packung zerstören, aber gut, drum sei's. Ups, war denn mal die Fernbedienung gewesen? Wunderschön, kann ich auch noch ein bisschen mehr Licht machen, so, wunderschön, besonders toll. Gucken wir mal was hier sich noch drin verbirgt, aha, eine kleine Box, was ist das denn toll? Wir gucken, ob die nicht schon ein unkwärtiger Brauchsspur aufweist. Ja, toll, Apple TV. Einmal frei. Ja. Schöne, 먹어� Playboy. Untertitelung des ZDF, 2020